Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 27.04.2023. Du hörst die Geek Talk Daily, 1344. Ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Hier stand noch Montag, der 14.04. Die liebe Gesundheit an China und weitere Krankenhausaufenthalte und Geschichten habe ich hinter mir und bin wieder zurück. Das hoffe ich zumindest Holz anfassen und ich hoffe, dass auch die Dailies wieder regelmässiger kommen können. Mal schauen, wie es die Gesundheit mit mir meinen wird. Heute habe ich für dich die folgenden Themen. Proton, Epic, WhatsApp, IKEA, Netatmo, WWDC, Twitter, Netflix, Oppo und LumaFusion. Themen hätte ich noch Dutzende, wenn nicht sogar viel mehr gehabt. Aber ich habe mal ein bisschen sehr grob zusammengestrichen und auf diese Themen mich beschränkt. Zum einen haben wir Proton. Das Schweizer Unternehmen, was Proton Mail, Proton Drive, Proton Kalender und auch Proton VPN anbietet. Alles Dienste, die man sicherlich schon kennt, wenn man in dem Bereich ein bisschen unterwegs ist. Die haben ein neues Produkt rausgebracht und oder angekündigt. Das ist nämlich ein eigener Passwortmanager. Der Proton Pass bietet dir in Zukunft, aktuell gibt es ihn als Beta-Version für Kunden, die aktuell schon da mit drin sind, die Möglichkeit, das Ganze schon mal anzutesten. Es soll eine Desktop, eine iOS und eine Android-App geben und eine Erweiterung für den Google Chrome, für den Brave, für den Firefox und den Mozilla. Aber nicht aktuell, zumindest für den Safari-Browser. Ich bin schon sehr gespannt und werde mir wahrscheinlich das, wenn ich irgendwie die Zeit finde diesen Sommer, mal ein bisschen genauer anschauen. Apple hat gewonnen. Das ist etwas, was mich ein bisschen freut. Entschuldigung, Epic, aber leider habt ihr es verdient. Ja, Epic hat in den Staaten zumindest gewonnen. Apple ist nicht Monopolist auf dem Gebiet und darf weiterhin die Möglichkeit bieten, eben nur einen eigenen oder den einzigen App Store zu bieten. Das ist zumindest der Entschluss, der gefallen ist. Das Einzige, was Apple anbieten muss, ist die Möglichkeit, nach aussen zu kommunizieren, dass Apps, wie jetzt eben dieses Epic-Zeugs, was man hat, nicht über den App Store bezahlt werden können, sondern dass man auch draussen Geld für ein Abo aufwerfen darf. Das gibt es ja schon, das eine oder die andere App, die das so machen. Kann man machen, finde ich auch gut. Und sollte man so tun, ich hätte einfach gerne die Wahl, es auch bei Apple zu tun, sodass ich all meine Abos im Überblick habe und an einer Stelle zentral kündigen kann. Sofern das nicht zu viel mehr Preisen oder höheren Preisen führt, logischerweise, wie es zum Beispiel bei Twitter Blue der Fall ist. Weiter geht es mit WhatsApp. Die haben es jetzt endlich geschafft, nach den vielen, vielen Jahren der Wünsche und nach viel mehr Jahren der, wir probieren es mal und haben da eine Alpha, eine Beta und dann wieder eine Alpha und dann noch was vor Alpha. Ja, jetzt soll es anscheinend dann bald für alle möglich sein, dass man WhatsApp auf mehr als einem Gerät nutzen kann. Bis zu vier Geräte sollen möglich sein. Ich habe es bei mir schon mal probiert. Ich kriege es nicht hin, ich werde immer wieder ausgeloggt für all diejenigen, die es probieren möchten. Natürlich bedingt es die neueste Version von der Android oder iOS App und dann machst du am besten den Desktop-Browser auf, logst dich da bei WhatsApp Web ein und gehst in den Einstellungen über knüpfte Geräte und tippst da dann auf eben neue Geräte hinzufügen. Die kannst du dann mit dem QR-Code hinzufügen. Wenn, wie gesagt, ich das mache, dann fliegt immer mein altes Telefon raus und das neue ist drin, so wie es eigentlich bis jetzt immer war. Ich denke mal, mein Konto wird einfach noch nicht so weit sein. Dann geht es weiter mit Ikea und die haben einen neuen 3D-Planer rausgebracht. Auch dieser arbeitet mit künstlicher Intelligenz. Damit kannst du deine neue Wohnung, die noch leer ist und oder auch schon voll ist, einfach mal ablichten mit dem Weitwinkelkamera, sofern dein Smartphone so auch eines bietet. Und dann kannst du mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, sofern vorhanden schon Möbel, diese ausradieren und behältst oder bekommst dann einen leeren Raum. Und der wird dann auch direkt von Ikea für dich befüllt, wenn du magst. Das finde ich interessant. Muss ich mal bei meinen Kindern in einem der Kinderzimmer ausprobieren. Mal schauen, was sie uns da so anbieten, was wir da reinmachen könnten. Netatmo ist ja die Wetterstation meiner Wahl. Da kann man nicht nur das Wetter messen, man hat auch smarte Kameras für die Überwachung und auch einen Rauchmelder sowie einen Kolomonoxydmelder. Seit 2021, der Rauchmelder seit 2018, die waren schon von Beginn ab Apple HomeKit fähig und somit ins Ökosystem mit eingebunden. Nun kommt sie endlich die Ergänzung. Es ist auch möglich, das Ganze in den Google Assistant zu bringen, womit dann auch die Warnungen und die Rückmeldungen und auch andere Geschichten möglich sind im Google-Universum. Endlich. Dankeschön, Netatmo. Weitere Neuigkeiten. Ihr habt sicherlich mitbekommen, WWDC 2023, die wird am 5. Juni dieses Jahres stattfinden. Es geht nicht mehr so lange. Fünf, sechs Wochen. Keine Ahnung, ich habe es nicht mehr genau auf dem Blick, etwa in dem Dreh rum dürfte es sein. Und ja, was sagt uns das ganze Einladungskärtchen? Es scheint um Linsen zu gehen und da kommen natürlich die Gerüchte wieder hoch, dass die Apple-Brille, zumindest die erste Version, die grössere Version, jetzt vorgestellt wird. Ob wir sie gleich zu Beginn auch dann kaufen können, glaube ich nicht. Wie immer wird Apple das zeigen und dann den Entwicklern die Möglichkeit geben, hier mögliche Apps und Dienste dafür zu programmieren. Der Fokus soll, das weiss man zumindest, oder soll, möchte man wissen, laut Gerüchten, soll auf dem Bereich Sport, Gaming und Fitness liegen. Und ein Insider sagt, dass sie sich in den Monaten, in denen er sie immer wieder mal hat anschauen können, sich sehr stark gebessert hat und jetzt auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Ja, da dürfen wir gespannt sein. Twitter hat nicht nur die blauen Haken eingeführt. Jetzt kommen auch die durchgestrichenen Kreise und die grünen Häkchen. Ja, was soll das genau? Twitter möchte, wenn ein Tweet gemeldet ist, das auch transparent ausweisen. Tweets, die zum Beispiel mit Hatespeech etc. versehen sind und gemeldet sind, somit markiert sind, tauchen zum Beispiel nicht mehr in der Suche auf oder auch nicht im For-You-Stream oder wie der auch immer heisst. Das ist, glaube ich, TikTok. Auf jeden Fall habt ihr hier die Möglichkeit, dass ihr seht, wenn ein Tweet eben nicht mehr Reichweite generieren kann, weil es nicht mehr angezeigt wird. Na, dann bin ich mal gespannt, was da für ein Aufschrei es nächstens geben wird. Anscheinend soll, dass laut Zahlen von Bloomberg, ein Marktforscher von Kantar, hat das ermittelt und Bloomberg darüber berichtet, eine Million Nutzende oder eben eine Million Accounts verloren haben, obwohl das nicht ganz so sei, weil ein Drittel davon Bezahlende sei und zwei Drittel eben die kostenlosen Mitgeniesser. Wir haben auf jeden Fall eine schöne Anzahl an Accounts verloren. Wenn man bedenkt, im Jahre 2020, war es 2021, hatte Netflix in Spanien ganze sechs Millionen Kunden. Wenn da eine Million jetzt wegfällt, das könnte natürlich wehtun. Ja, mal schauen, wenn sie das im Sommer für die ganze Welt ausrollen, dann auch bei uns, Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie das dann funktionieren wird und oder nicht. Ich denke mal, es ist wie bei WhatsApp. Alle rufen aus, aber weg gehen sie dann doch nicht, respektiv machen sich dann vielleicht doch ein Konto. Ich glaube eher nicht. Aber mal schauen. Also ich für mich meine ich. Aber wir werden sehen, wenn es soweit ist. Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo hat ein neues Update für sein Falt-Smartphone, das klappbare kleine, das Oppo Find N2 Flip, rausgebracht. Und da hat es unter anderem im Aussenscreen ein Update gegeben, ein völlig neues Spotify Widget oder doch ein Spotify Widget, welches es dir erlaubt, über das Aussendisplay komplett alles bei Spotify zu regeln. Also weiter, zurück und Herzchen vergeben, Playlisten ansurfen etc., ohne dass du das Smartphone aufklappen musst. Auch hat das Update eine Speech-to-Text-Quick-Reply-Funktion gebracht. Das heisst, Nutzende von Messengern wie dem Messenger, dem Messenger von Google, dem Telegram, Line oder WhatsApp, die können jetzt ohne das Telefon aufzuklappen mit Speech-to-Text, also reinquatschen und umwandeln in Antworten, finde ich ein sinnvolles und stimmiges Ergebnis. Ich habe aktuell das Oppo Find N2 hier bei mir im Test, das grosse, was sich aufklappen lässt, was es leider nicht in der Schweiz offiziell gibt, aber es ist ein sehr, sehr schickes Gerät. Und ich werde, ihr habt es vielleicht klappen hören, in der nächsten Zeit dann mal im pokipsi.ch-Blog oder drüben auf dem Oppo-Blog darüber berichten. Mal schauen, wie sich dann die Zeit ergibt und was sich da alles zusammenbekommt. Aber es ist ein sehr, sehr schickes Telefon. Ihr wisst ja, ich stehe auf dem Klappmechanismus, sprich die Technik dahinter und werde die fleissig studieren und schauen, wie das Oppo hier gelöst hat, auch im Vergleich zu anderen Lösungen. Und zu guter Letzt habe ich noch Luma Fusion, die haben ein schönes Update nachgereicht. Nachdem es in der Version 4.0 nicht gereicht hat, kommt in der Version 4.0.1.2788 die Multicam-Integration, welche du dir für 20 Währungseinheiten obendrauf shoppen kannst. So kannst du mehrere Kameras gleichzeitig und auch mehrere Audiosignale in einen Container schmeissen, auf einen Klick und das Ganze wird synchronisiert und du hast viel, viel weniger Arbeit. Ich finde das genial. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Je nachdem, wer dir diese Woche nochmals was hören und oder dann ab nächster Woche hoffentlich wieder in regelmässigerer Form. Ich gebe nächstes Mal ein Update, weil diesen Sommer gibt es einiges in grösseren Umstellungen, dann werde ich mal da ein bisschen was kommunizieren. Also bleibt dran und danke für eure Treue. Bis dann, euer Poughkeepsie. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.